Sie warten nicht mal, bis der Dampf fällt. Sie sind schon hinter der Grenze. Wir werden sie nicht aufhalten. Wir werden untergehen. Danke für die Neuigkeit, auch wenn's keine gute ist. Ich sag's den Männern. Ähm, Herzohrstein. Ach, ihr werdet nicht untergehen, wir werden die Leadsch einfach vernichten. Das geht schon. Ich hab gesehen, eins von fünf. Da sind sie lang, äh, ja, rausgeworfen. Die Gefangenen retten. Ortanzeigen. What's? Wow, das ist ein weiter Weg. Wir reisen nach Nipton. Da waren wir eh noch nicht fertig. Äh, Autowerkstatt Nipton Road. Ja, da reisen wir hin. Wir können ja noch nicht nach Nipton. Orientierung. Ah, okay. Moment mal, hier sind jetzt wieder Leute. Gegenstände Waffen. Ähm. Wo ist meine Pistole? Plasma Pistole. Mua. Was war das? Hab ich dich. Ihr habt niemanden. Ja, ja, macht nah, Kampf. Na los. Ja, ist schon klar. Habt Spaß? Oh, nein. Hackt mich nicht um. Ach, muss ich auch mal nachladen? Oh. Oh, ey. Lasst gut sein. Ihr könnt's eh nicht. Sehr schön. Durchsuchen. Lederüstung. Schmutziges Wasser. Bleirohr. Wo bist du da? Lederüstung. Bleirohr. Bier. Da waren aber noch zwei. Das ist, weil ich das in Erinnerung habe. Oh, da liegt was. Äh. Aktentasche. Kamera. Ach, toll. Ich dachte jetzt etwas mit ein bisschen mehr Wert. Moment, ich kann mal da schauen. Ich bin so neugierig. Hier ist aber nichts. Schade. Gut, ähm. Zwei Leichen haben wir noch. Da ist aber auch noch was. Ne Wand. Ja, toll. Sah so aus wie eine Kiste. Und was sind die zwei Leichen? Da ist ein Skorpion. Da ist noch eine Leiche. Jet. Ähm. Söldner. Feldoutfit. Nein. Lass ich da. Und da ist noch wer. Hm. Wodka. Ja. Messer. Brauch ich nicht. Da ist aber auch noch wer. Hammer. Ne, brauch ich auch nicht. Da ist auch noch wer. Nein. Da ist auch noch wer. Hm. Brauch ich nichts. Da ist auch noch wer. Das ist aber auch nichts besonderes. Schade. Ich kann mich hier nicht drunter durchducken. Okay. Ähm. Die Kisten haben sich nicht zufälligerweise wieder aufgefüllt. Nein. Ist eigentlich recht logisch. Finde ich. In anderen Spielen wäre wieder alles. Alles. Ähm. Ja. Neu. Spawnt. Wie wenn wir niemals da wären. Ah ja. Nippten ist ja da drüben. Müssen wir leider etwas mehr laufen. Ach leider. Ich sage immer leider. Das passt doch. Das schaut ja alles wunderschön aus. Vielleicht erwischen wir noch hier solche Raben. Ja. Einen. Den anderen auch. Ergibt uns Erfahrungspunkte. Vielleicht sind wir da bald Level 6 wie es scheint. Hier haben wir jetzt auch. Oh. Sie ist fast kaputt. Zustand. Oder ganz. Sie ist eher ganz repariert. Ich könnte natürlich auch die Legion hier ausrotten. also vernichten schlagen. Aber. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Aufgaben. Zu lösen. Nicht dass da wieder sowas passiert wie mit dem Thomas. Obwohl es mir jetzt nichts gebracht hat. Weil ich nicht 50 Sprache habe. Oder mehr als 25. Das ist die Hälfte. Wo dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt. Dass wir erfolgreich sind. Aber ich habe ja nicht so viel. Ich packe mal die Waffe weg. Nicht dass die uns noch feindlich. Äh. Gesinnt. Sind. Ich glaube ich hatte noch ein paar Sachen nicht untersucht. Wenn ich mich nicht irre. Oh. Die Leute hier sind weg. Die hier hangen. An den. Kreuzen. Ich glaube in dem Haus war ich. Da hinten. In dem Haus. War ich da schon oder nicht? Ich werde es gleich herausfinden. Haus in Nipton. Gleich mal Licht anmachen. Und. Hier sind keine Fallen. Amateurfunkgerät. Irgendwie bringen die nichts. Da drin ist nichts. Hinsetzen. Nein. Nur alte, gamleige Bücher. Schachbett. 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 Schrank. 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 Kommode. 9 mm ist gut. Kaliber 20 Patronen. Kaliber 20 Patronen. Auch sehr gut. Sind wir verkrüppelt. Nein. Uns geht es bestens. Auch so ein bisschen Leben verloren. Ein Werkzeugkasten. Sensor Modul und Wunderkleber. Wertvoll. Wertvoll. Deshalb nehme ich es hier auch mit. Und hier eine Nachladebank. Ach ja, stimmt. Da kann ich das ja so zerlegen. Aber ich will es nicht zerlegen. Nein. Okay. Nein, ich will nichts zerlegen. Ah, hier gibt es Essen. Frischer Mais. Ähm. Früchte. Mehl. Leere Schenke. Bankettwein. Oh, wir laufen alles nieder. Da hinten. Glaube ich auch noch was. Oder liegen. Owen. Das Gesicht bei mir. Beirut. Hat der mal auf das Smiley umgeschaut. Auf das. Auf das Fallout Boy. Gesicht. Weiß nicht genau wie der heißt. Aber. Das sah lustig aus. Kringel in den Augen. War ich in dem Haus? Ich werde es gleich raus. Finden. Schrank. Söldener Outfit. Was? Schreibtisch leer. Ja, ich meine hier war ich schon. Aber es ist auch nichts besonderes hier zu finden. Okay, dann gehen wir wieder. Ja, hier ist nichts. Und jetzt erkunden wir das Haus weiter. Und in dem Haus werde ich dann eine andere Waffe benutzen. Gegen diese miesen Hunde. Die 10mm Pistole. Da habe ich noch mehr Munition. Und ich denke, sowas eignet sich im Haus auch ziemlich gut. Und gegen Hunde reicht die alle mal. Mich wundert es halt, dass hier keine Soldaten mehr sind. Entweder sind die abgezogen oder die haben sich hier alle in dem Gebäude versteckt. Und ich denke, dass hier nicht so gut ist, dass hier nicht so gut ist.